Hallo, grüße euch. Dankeschön, Dankeschön. Worüber ich heute sprechen möchte, ist nicht nur das Projekt Veganer Kindergarten wegen dem Thema Veganismus, sondern wegen dem, was für uns noch so mit drin hängt und mit drin steckt. Als allererstes würde ich gerne sagen Kinderladen. Du hast das ja schon völlig richtig angekündigt, das ist eben kein Kindergarten, sondern ein Kinderladen. Rein administrativ stimmt das nicht. Es wird als Kindergarten geführt. Kinderladen fanden wir so eine inspirierende Geschichte aus der 68er-Bewegung, mal ganz neu machen. Kindergarten eben nicht als eine städtische oder staatliche Institution sehen, sondern als etwas, was Eltern selbst organisieren, pragmatisch. Das war so unser Grundgedanke, wir finden ein Ladengeschäft, 5 bis 10 Kinder, geht ganz schnell, wir legen einfach los. So wie da hinten sieht es dann aus, so haben wir uns das vorgestellt. Die Realität sieht aber heute anders aus. Also es ist nicht mehr 1968, sondern die Bürokratie ist da ganz, ganz anders. Insofern, das heißt noch so, weil wir diese Brücke gut fanden, weil wir diese Referenz gut finden. Es sieht aber ein bisschen anders aus als damals. Ich würde gerne so ein bisschen darüber sprechen, wie es dazu kam, was in unserem Alltag eigentlich so ist und wie das eigentlich kommt, dass wir den Veganismus ins Zentrum gestellt haben, wie man sich das vorstellen muss oder was das auch bedeutet später für die Perspektiven in so einem Kindergarten. Ganz kurz zu mir, du hast schon gesagt, ich habe drei Kinder, ein älteres Kind lässt sich ungern fotografieren, deswegen sieht man hier nur zwei. Und deswegen, ich bin voll berufstätig, habe drei Kinder und habe jetzt auch noch mit einer Gruppe von Menschen einen Kindergarten gegründet. Das macht man ja nicht nur so, weil man nichts Besseres zu tun hat. Deswegen, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen näher bringen, worum es da geht. Wie kam es dazu? Wir haben so eine ganz blöde Formel uns mal aufgeschrieben. Bedarf plus Anspruch erzeugt Leidensdruck. Wir hatten einfach ganz praktischen eigenen Bedarf. Also meine Frau und ich haben 2011 mit der Geburt unseres zweiten Kindes angefangen, vegan zu leben und hatten dann so, wir haben Johannes, den Ideengeber und Mitgründer dieses Kindergartens mal getroffen in einem veganen Café in Frankfurt mit einem gleichaltrigen Kind. Die waren da beide so, als wir uns getroffen haben, vielleicht eins oder so und haben darüber gesprochen, was machen wir denn mit diesen Kindern, wenn die mal älter werden, wenn die mal in den Kindergarten kommen, wie ernähren wir die denn da überhaupt? Und dann wurde sehr schnell klar, 2011, da war da gar nichts möglich. Vegan geht gar nicht, vegetarisch, ja, mit ärztlichem Attest, wenn es sein muss. So waren die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, was natürlich total frustrierend für uns war. Das ist der erste Teil der Formel, Bedarf. Dann hatten wir auch noch, mal abgesehen von dem Bedarf an veganem Essen, was wir gerne wollten, einen gewissen Anspruch an die Einrichtungen, wo wir unsere Kinder betreuen lassen wollten. Nämlich, dass es eine moderne, fortschrittliche Pädagogik gibt, die wir gut finden. Dass die Räumlichkeiten passen, dass das Team gut ist, dass es nah und erreichbar ist. Also Dinge, die alle Eltern eigentlich erwarten, wenn sie sich Gedanken über den Kindergarten machen. Aber diese Kombination, die war natürlich für uns maximal kompliziert, weil klar war, das werden wir so nicht finden. Plus, da kam noch dazu, das ganze Thema Diversität und Inklusion war uns wichtig. Also man muss dazu sagen, es wäre in mehreren Kindergärten möglich gewesen, wenigstens auf einem hohen Niveau bio-vegetarisches Essen zu kriegen. Das wären aber private Kindergärten gewesen, die dann wieder keine gute Durchmischung haben aus unserer Sicht. Also das hat alles nicht gepasst und deswegen hat der Leidensdruck erzeugt, das machen wir jetzt selbst. Und dann haben wir uns entschieden, eine Elterninitiative zu gründen. Johannes, unser Mitgründer, wusste zum Glück gut Bescheid. Es gibt ein sogenanntes Kita-Sofort-Programm in Frankfurt. Das ist ein Förderprogramm der Stadt, das dafür aufgelegt wurde, um Platzmangel zu beheben. Das war natürlich für uns super. Und dann haben wir das eben selbst gemacht. Ungefähr so sah die zeitliche Abfolge aus. 2011 die Idee. 2013 dann immerhin schon die Vereinsgründung. Also man muss natürlich einen Verein haben als Träger dieses Kindergartens. Den gibt es seit 2013. Auch noch 2013 wurde unser Konzept, unser pädagogisches, in einem triumphalen Termin vom Stadtschulamt genehmigt. Das sage ich deswegen so, weil wir immer die Sorge hatten, was sagen denn die Ämter. Wir haben immer gedacht, das gibt jetzt bestimmt riesen Stress und oh Gott, oh Gott, vegane Ernährung, das ist doch Kindesmisshandlung und so. Nichts davon war der Fall. Also wir sind da hin zum Beratungsgespräch, sind sofort auf total offene Ohren gestoßen, haben total viel Unterstützung bekommen. Wir waren völlig schockiert davon, weil wir wirklich davon ausgegangen waren, wir werden jetzt irgendwie kämpfen müssen oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Wir hatten, eine weitere Freundin hatte ihre Magisterarbeit zum Thema veganer Kindergarten geschrieben. Das hatte dann ganz gut gepasst. Das wurde unser pädagogisches Konzept. Das ist sofort durchgewunken worden, mehr oder weniger. Wir haben daran noch weitergearbeitet natürlich, aber das ist so im ersten Entwurf, war das völlig okay für das Stadtschulamt. Und der Kollege beim Amt sagte aber gleich, jetzt freuen Sie sich bitte mal kurz, aber dann freuen Sie auch gleich wieder auf sich zu freuen, denn wir sind ja hier in Frankfurt und in Frankfurt ist das mit den Immobilien nicht so einfach. Ja, dann haben wir gesucht, jahrelang. Die Kinder wurden immer älter. 2018 haben wir dann was gefunden oder 2017 haben wir was gefunden. 2018 konnten wir eröffnen. 2018 waren die Kinder, wegen denen wir mal angefangen hatten, sieben Jahre alt und in der zweiten Klasse. Das hat natürlich die ganze ursprüngliche Gruppe von den Leuten, die das alles mal angefangen hatte, wild durcheinander gewirbelt. Also dieser Verein hat mehrere Inkarnationen sozusagen hinter sich von Leuten, die sich da engagieren, die sich einbringen, die ganz konkret arbeiten. Keins der Kinder, um die es da mal ging, geht in diesen Kindergarten. Jetzt gibt es ihn trotzdem. Natürlich haben wir das nie nur gemacht, um irgendwie einen Platz für unsere Kinder zu kriegen. Da hätten wir ja direkt aufhören müssen, als die im Kindergartenalter waren und wir noch nichts gefunden hatten. Es gibt so drei Gründe, finde ich, wo man immer sagen kann, die passen zu dem, wie wir das machen. Das sind die Gründe, warum wir es machen und warum wir auch dabei geblieben sind, obwohl wir jetzt persönlich betreuungsmäßig nichts mehr davon haben. Es gibt den Bedarf, nicht nur in unseren Familien, sondern es gibt ihn einfach. Wir haben schon von ganz vielen Menschen gehört, die wirklich überglücklich waren, dass es diesen Laden gibt, dass sie ihr Kind bei uns betreuen lassen können. Ich bin teilweise schon von Vätern aus dem Krankenhaus angerufen worden, bei der Geburt ihrer Kinder, vegan lebende Väter, die sagten, ist es schon zu spät, mein Kind anzumelden. Und tatsächlich kann man den Leuten leider gar nicht so einfach sagen, alles super, wir nehmen euch auf jeden Fall, weil wir haben ja nur 40 Plätze und man muss eben schauen, wie die belegt werden. Aber der Bedarf existiert. Unsere Überzeugung existiert auch weiterhin. Also wir sind natürlich, nur weil unser persönlicher Bedarf nicht mehr so ist, haben wir ja nicht aufgehört, uns dafür zu interessieren und zu finden, dass es so einen Ort geben sollte. Und irgendwann, ganz ehrlich, kommt man aus der Sache irgendwie auch nicht mehr raus. Und es macht eben auch Spaß. Also warum wir jetzt zum Beispiel heute hier stehen, ist ja auch, weil es eben eine gute Möglichkeit ist, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, auch was anzubieten, was wir glauben, was für viele Leute echt einen Mehrwert bietet. Und ich muss immer wieder, wenn es darum geht, zu überlegen, was haben denn die Leute so davon, weil klar, vegan ernähren kann man sein Kind mittlerweile im Kindergarten auch mit Ausnahmeregelung. Dann denke ich zum Beispiel an eines der Kinder, die bei uns betreut werden, die schon ganz früh dabei waren, die Familie, die ist so stark allergisch, dass sie mit Kreuzkontaminationen wirklich für ein Problem für sie sind. Und in unserem Kindergarten gibt es eben gar keine tierischen Produkte, keine tierischen Lebensmittel, gar nicht. Die Kinder waschen sich, wenn sie morgens kommen, die Hände, kriegen ein veganes Frühstück, kriegen ein veganes Mittagessen, kriegen einen veganen Snack und dann gehen sie wieder nach Hause. Das heißt, dieses Kind könnte woanders nicht ohne echt dramatische gesundheitliche Probleme betreut werden. Bei uns eben schon, weil das einfach eine Einrichtung ist, in der das wirklich garantiert werden kann. Und ja, das passt jetzt nicht so ganz zum Thema Spaß, aber es macht natürlich schon Spaß, was Sinnvolles zu tun. Und die Arbeit an so einem Thema ist also auch gerade für uns, die wir ja alle noch Berufe haben, ein echt guter Ausgleich und eine echt gute Möglichkeit, was ganz Konkretes zu machen. Wir hatten eben gerade das Thema Aktivismus, Demonstrationen. Es gibt ja eine ganze Menge von Möglichkeiten, sich zu engagieren. Mit drei Kindern nimmt die Menge an Möglichkeiten so ein bisschen ab und der Kindergarten ist eine gute Gelegenheit, etwas Konkretes zu tun. Jetzt würde ich euch gerne ein bisschen erzählen, wie es bei uns denn so abläuft und aussieht. Genau, also wir haben am 6. August 2018 eröffnet, bald haben wir Einjähriges. Wir haben dann schlussendlich Räume gefunden in Frankfurt, im Stadtteil Bockenheim, passt super, direkt am Park. Was man sich immer nicht vorstellen kann, was man vielleicht aber einfach wissen muss, ist so ein Kindergarten, wenn man den einmal gründet, mit städtischem Geld, also vielleicht erzähle ich dazu noch mal ganz kurz was. Dieses Sofortprogramm hat bedeutet, wir sind sozusagen ein Teil vom städtischen Kinderbetreuungsangebot. Eltern, die ihre Kinder betreuen lassen möchten, müssen die über so ein offizielles Webseitenportal anmelden. Wir können das nicht privat machen, wir verdienen kein Geld, wir nehmen auch kein Geld. In Frankfurt werden mittlerweile Kindergartenkinder kostenlos betreut. Das heißt, wir verwalten im Prinzip das Geld, was die Stadt dafür ausgibt. Die Eltern müssen nichts außer dem Essensgeld bezahlen und wir sind sozusagen im Pool aller städtischen Einrichtungen. 40 Kinder sind die kleinste Größe, die da möglich ist. Wir wollten lieber noch weniger, aber ging halt nicht. Und das bedeutet, dass man, wenn man sowas neu gründet, innerhalb von drei Monaten 40 Kinder eingewöhnen muss. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Kindergarten gearbeitet hat. Eingewöhnung ist was, das dauert gerne mal so zwei, drei Wochen. Und wenn man drei Monate hat, um 40 Kinder einzugewöhnen in einer Einrichtung, die eben erst aufgemacht wurde, dann ist das der Wahnsinnsstress. Also das ist immer sowas, das kann immer keiner glauben, wenn man es erzählt. Haben wir aber gemacht. Hat funktioniert. Es gibt ein Team, ich glaube, die Zahl stimmt schon nicht mehr. Es sind sieben Bezugspersonen in verschiedenen Konstellationen. Das sind alles pädagogische Fachkräfte, teilweise im Studium, teilweise gestandene Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben einen Koch, einen echten, ausgebildeten Koch, der sogar noch eine Zusatzausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater hat, der zum Teil aus Idealismus bei uns arbeitet, zum Teil, weil es einfach ein guter Job ist für ihn. Also das ist so eine echt gute Situation für alle. Ja, und der macht eben wirklich vom Frühstück über das Mittagessen, über den Snack macht er alles selbst. Der macht das eigene Müsli, der macht wirklich alles, Geburtstagskuchen, also die Kinder bringen eben auch keine Süßigkeiten zum Beispiel mit. Ja, der Koch ist echt gut ausgelastet. Wir haben unser Konzept stark weiterentwickelt natürlich, wir haben den Alltag einbezogen und wir merken eben, nicht mal ein Jahr ist vergangen und alles ist anders und alles ist neu und alles ist irgendwie gewachsen. Trotzdem ist ganz wichtig zu erwähnen, wir haben eine Basis, auf die wir uns immer wieder zurückfallen lassen können, das ist die Regiopädagogik, ein reformpädagogisches Konzept aus Italien, Norditalien, was ganz viel zu tun hat mit Alltagsmaterialien. Also wir haben, da kommen wir so ein bisschen zum Thema, was ich gleich noch anschneiden möchte, wie viel vegan ist denn so im Alltag ein Thema? Und das ist natürlich nicht das einzige Thema in so einem Kindergarten. Wir reden natürlich mit den Kindern nicht den ganzen Tag über Ernährung, wir essen nicht den ganzen Tag, sondern es gibt eine Menge andere Themen und die Regiopädagogik passt sehr gut zu unserem, ich sag mal, fortschrittlichen Anspruch, weil sie eben Kindern wirklich auf Augenhöhe begegnet, weil sie wenig mit vorgegebenen Spielsachen arbeitet, wir machen ganz viel mit gefundenen Materialien mit, was man auch Müll nennen könnte, sehr wenig Plastik, also ganz viele Themen, die uns wichtig sind, können wir auf dieser Basis umsetzen. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, was uns noch ganz stark beschäftigt hat, ist ein sogenannter PR-Marathon. Wir haben einmal, fanden wir mit sehr viel Bedacht, einen Artikel sozusagen zugelassen von einer Journalistin, von der wir wussten, dass der nicht super negativ werden wird. Der wurde über die DPA verteilt und dann haben wir ein sehr, sehr großes, für uns auch unerwartet großes Medienecho so gehabt, weil einfach das Thema gerade so ein großes Thema war. Da ging es von Kindesmisshandlung über völlig verrückt, diese SUV-Eltern haben die sonst keine Probleme, bis hin zu, sind doch alles Zusatzstoffe und künstliche Sachen und Plastik. Also total interessant, wie das in der Presse so aufgenommen wurde und Facebook war dann auch mal eine Zeit lang ein bisschen anderes Erlebnis. Damit haben wir komplett aufgehört und machen eigentlich nur noch Interviews und Beiträge in Fachzeitschriften oder innerhalb der veganen Szene, weil das, was wir wollten, nämlich Kinder finden und Erzieherinnen und Erzieher finden. Das haben wir erreicht. Aber das kann man sich vielleicht vorstellen, war eine wahnsinnig anstrengende, wahnsinnig intensive Zeit, so das letzte Jahr. So, so sieht es aus bei Mokita. Das sind jetzt Fotos von, bevor die Kinder kamen. Das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Also die Kinder haben durchaus mit den Sachen gespielt und man lernt sehr schnell Robustes von nicht so robustem Spielzeug zu unterscheiden. Das ist das Haus. Wir hatten das große Glück, dass wir in einem Neubau untergekommen sind, sonst würden wir heute noch suchen wahrscheinlich. Denn wir wurden dort sozusagen hin empfohlen, weil unser Konzept stadtteilübergreifend relevant ist. Also eine stinknormale Kita hätte dort nicht eröffnen dürfen. Deswegen mussten die quasi uns nehmen. Es gibt einen Bewegungsraum. Es gibt diesen Spielraum, den ihr eben schon gesehen habt. Wir haben mit einer befreundeten Künstlerin auch Wandgestaltung gemacht, weil wir wirklich versucht haben, ganz viele Themen umzusetzen, die wir richtig finden. Es gibt einen Ruheraum. Das ist ein total bizarrer Raum. Das sieht man hier jetzt nicht, aber im Prinzip ist das so ein Schlauch, wo man in der Mitte in die Tür reingeht. Und wenn man nach links schaut, das ist so der Schlafbereich für den Mittagsschlaf. Wenn man nach rechts schaut, findet man so eine Art Lesepodest, auf dem vorgelesen werden kann. Ein Raum, den man sich als Erwachsener anschaut und sich fragt, was soll denn hier passieren? Die Kinder sind da super gerne drin. Also auch das haben wir gelernt, uns sozusagen mit räumlichen Herausforderungen zu beschäftigen. Es gibt im Außengelände auch so ein Sorgenkind. Das war am Anfang nicht eröffnet. Das heißt, diese Kinder mussten im Sommer, August haben wir eröffnet. Ich glaube, im Oktober durften wir dann irgendwann ins Außengelände. Also wir haben auf jeden Fall eine lange Zeit ohne draußen verbracht. Als das Wetter dann schlecht wurde, durften wir raus. Mittlerweile ist das aber wunderbar genutzt und wir haben am Freitag unser erstes Fest gefeiert. Da hat es auch schon gut funktioniert. Ja, es gibt natürlich was zu essen. Das sind ein bisschen ältere Fotos. Mittlerweile hat sich da auch mehr Routine eingeschlichen. Und ja, man könnte jetzt da noch stundenlang weitere Sachen zeigen. Der Koch schreibt immer brav, Freitags Essensplan für die nächste Woche. Das ist immer eine große Freude, den zu lesen. Unsere erste Spende war dieses Klavier. Das fanden wir auch super. Und wir haben auch darauf geachtet, dass da, wo die Eltern sich aufhalten, also wenn Kinder eingewöhnt werden, dann sind Eltern auch in der Einrichtung und dann sollen die nicht irgendwo in der Abstellkammer sitzen, sondern eben auch einen schönen Ort vorfinden. Da haben wir ein bisschen genauer noch geschaut, wie sieht es da aus. So, und das sind jetzt aktuellere Fotos. So sah es am Freitag aus, bei der Vorbereitung für dieses Fest. Und man darf das immer nicht unterschätzen, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, was man ja immer mal wieder muss, dann können sich die Kolleginnen und Kollegen die Potenzialen immer nicht vorstellen. Du bist dann auf dem Sommerfest von deinem Arbeitgeber und alles, was es da gibt, ist vegan. Und du kannst einfach alles essen. Das ist natürlich für uns nicht mehr so frappierend, weil es irgendwie unser Alltag ist, aber es ist natürlich, wenn du gewöhnt bist, irgendwo zu arbeiten, wo das nicht normal ist, dann ist das erstmal krass. Alle gezeigten Kinder sind meine eigenen, weil das ist auch so ein Pressethema, wo wir einfach immer wieder achten müssen, dass die Kinder nicht auf Fotos zu sehen sind oder so. Hast du gerade eine Frage? Ja, arbeiten da nur vegane Aktien? Nee. Also, nee, natürlich vorwiegend, na, wobei, es ist vorwiegend? Ja, schon, ich sag mal zwei Drittel, so über den Daumen gepeilt. Das ist jetzt kein Einstellungskriterium, aber natürlich, so wissen wir bei den Kindern auch, wenn jetzt jemand kommt, der passionierter Fleischesser ist, dann würden wir sagen, das funktioniert leider nicht. Und es gibt, ich glaube, ein paar sind, zwei oder so sind Vegetarierinnen, das ist schon auch okay für uns, solange die halt das Konzept unterstützen. Viel wichtiger finde ich tatsächlich, die ganzen Kinder sind nicht alle vegan. lang nicht, bei weitem nicht, vielleicht ein Viertel, wenn überhaupt. Also, und das ist aber auch was, was ich persönlich total super finde. Also, weil das sind natürlich alles Kinder, die sonst ganz andere Ernährung gewöhnt sind und die ganz andere Möglichkeiten gewöhnt sind von zu Hause, die aber plötzlich Sachen kennenlernen, die es für sie gar nicht gab bisher. und das wird wahnsinnig gut angenommen. Und... Wollen die Eltern, wie sie die Kinder geworfen, sind sie da, oder ist das Zufall? Also, Zufall ist es nicht, so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde schon sagen, also, da ist die Bandbreite groß. Von, liegt echt total praktisch um die Ecke und, ja Gott, ich kann ja abends noch Wurstplatte machen, bis zu besser frisch gekocht und regional und saisonal und dann halt auch vegan ist da alles dabei. Also, die Bandbreite ist extrem groß, was uns ja auch immer wichtig war. Und du merkst natürlich stark, wo kommen die Leute her, was ist deren Hintergrund, was sind deren Themen zu Hause, wie viel Gelegenheit hatten die schon, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Ja, wir haben immer mal wieder, wenn wir so Infoveranstaltungen gemacht haben vor der Eröffnung, kamen dann irgendwann Eltern und meinten so, ihr habt jetzt echt viel über die vegane Ernährung erzählt, das ist bestimmt auch ganz toll, aber wir hätten noch so ein paar andere Fragen, wo man auch so gemerkt hat, das Thema ist einfach für viele nicht so prominent gewesen. Es gibt, ich würde sagen, der Großteil findet das gut, würde es aber wahrscheinlich ohne einen guten Koch nicht so gut finden. Also, es passt schon gut zusammen. Aber der Koch ist vegan. Der ist vegan, ja. Das ist auch einer der Gründe, warum er bei uns ist. Er hat vorher im veganen Restaurant gearbeitet und für ihn ist das jetzt eine Möglichkeit, sinnvoll festangestellt zu arbeiten, nicht in der stressigen Gastronomie zu arbeiten, trotzdem parallel Gastronomieprojekte zu machen, weil er bei uns ja nicht bis spätabends arbeitet. ja, und also diese Kinder, die essen Sachen. Ich habe ja, wie gesagt, diese drei Kinder, wenn ich bei mir zu Hause koche, also die essen da alles Mögliche. Das ist unglaublich. Also am Anfang nicht, aber was die mittlerweile für Sachen essen, das verrückt. Also dreijährige Kinder essen die wildesten Vollkornkreationen. Also es ist möglich. Das ist vielleicht so als Trost an Eltern, die da zu Hause experimentieren. Das ist möglich. Genau, das passt schon super zum nächsten Thema. Was machen die Kinder eigentlich bei uns? Also klar, die reden nicht den ganzen Tag über gesunde Ernährung und Vitamin B12, sondern die spielen natürlich. Die lernen Sachen und die probieren Sachen aus. Da gehört das Essen auch dazu, aber es ist eben ein Eckpfeiler, ein Bestandteil von einem völlig normalen oder hoffentlich nicht ganz normalen Kindergartenalltag. Die essen eben auch. Das ist für uns immer wichtig, weil natürlich ist der einzige Grund, warum man mit uns spricht und nicht mit irgendeinem anderen Kindergarten, ist, dass wir der vegane Kindergarten sind. Wir haben aber natürlich auch noch andere Themen. Und für uns eine große Frage, wo wir ja dann in der Immobilien-Suchphase eine Menge Zeit hatten, uns mit zu beschäftigen, war, was macht eigentlich so ein Kindergarten vegan? Was heißt denn das für uns eigentlich? Also klar, wir haben keinen Lederball gekauft und wir haben keine Wachsmalstifte aus Bienenwachs und wir achten schon darauf, dass alles, was wir anschaffen, so vegan wie irgendwie möglich ist und wir kochen natürlich vegan, klar. Aber ist es denn noch mehr? Für uns fing es erstmal damit an, dass wir sagen, das ist eine ethische Grundeinstellung, die wir alle auch teilen. Also gerade im Trägerverein ist das natürlich so das, was uns alle zusammenbringt und zusammenhält. Geht aber auch bis ins Team. Dazu muss man nicht der Superveganer sein, um Themen, die mit dem Veganismus zusammenhängen, ernsthaft wichtig zu finden. Vor allen Dingen wichtig ist uns eine Sensibilität. Also wirklich zu schauen, das ist kein Team, wo Leute Dienst nach Vorschrift machen. Mal davon abgesehen, dass wir das nicht gebrauchen könnten als eine neue Einrichtung von einem freien, privaten, also nicht von einem freien Träger, der nur eine Einrichtung hat. Da braucht man ein Team, was mitzieht und was sozusagen sich engagiert. Da haben wir auch großes Glück. Aber auch so eine Sensibilität den Kindern gegenüber und auch so der ganzen Mischung, die wir so anstreben, das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist für uns auch direkt aus dem Veganismus abzuleiten. Respekt vor Menschen, Tieren und Natur in austauschbarer Reihenfolge. Und am Ende natürlich klar, alle Mahlzeiten vegan. Für uns ist das immer super wichtig. Das muss frisch gekocht sein. Wir wollen kein Catering, wir wollen keine Tiefkühlkost, wir wollen keine Konvektomaten, Alufolien, Sachen. Das wollten wir alles nicht haben. Auch Naturerlebnisse gehören für uns dazu. Wir sind kein Wald- oder Naturkindergarten. Die Möglichkeit haben wir einfach nicht. Aber wir achten schon drauf und es wird auch immer mehr, dass wir Ausflüge machen, die wirklich mit Natur und Erleben zu tun haben. Dass wir nicht einfach nur irgendwo hinfahren, sondern dass wir wirklich schauen, dass eben Natur erlebt werden kann. Also ein Schwerpunkt von den Aushilfskräften, die wir haben, ist auch, dass wir immer schauen, dass die Projekte machen. Dass die nicht nur einfach in der Kinderbetreuung aushelfen, sondern unser einer Kollege macht jetzt zum Beispiel bepflanzt jetzt Hochbeete oder hat beim Fest Samenbomben mit den Kindern gebastelt. So Geschichten, dass die wirklich die Gelegenheit haben, mal konkret was zu machen, was mit der Natur zu tun hat. Und schließlich gutes Lernmaterial. Gut in Anführungszeichen, weil das hat natürlich mehrere Facetten. Wir wollen wirklich darauf achten, dass die Sachen, die wir haben, kein Schrott sind, so wenig Plastik wie möglich, so wenig vorgegeben wie möglich. Wir haben sehr, sehr genau drauf geachtet, dass wir gendersensible Geschichten haben, dass wir nicht nur Prinzessinnenpüppchen haben und irgendwelche Superhelden, Kuscheltiere oder sowas, sondern das ist alles extrem ausgewogen bei uns. Ja, gehört für uns alles irgendwie zusammen. Und was heißt Veganismus im Zentrum für uns? Wir fangen da an, natürlich das Thema Ernährung, aber wir haben auch so einen Schwerpunkt Richtung Antispeziesismus. Also wir haben zum Beispiel sehr genau geschaut, welche Bücher lesen wir denn. Es gibt eine Menge Bücher, wo man jetzt sagen würde, da geht es nicht um Tierausbeutung, wo Tiere trotzdem als mehr oder weniger Objekte oder als untergeordnet dargestellt werden. Die kaufen wir nicht, die lesen wir nicht vor. Vermeidung von Leid und Ausbeutung. Das ist eben auch was, das kann man einem dreijährigen Kind sehr behutsam und sehr vereinfacht näher bringen. Wir sind jetzt kein Kindergarten, in dem es dauernd nur um Problemstellungen geht, aber wir wollen schon schauen, dass diese ganzen Themen irgendwie vorkommen. Thema Umweltschutz ist für uns wichtig. Ich hatte es mit dem Plastik eben schon mal erwähnt und mit dem Regio-Ansatz. Da lässt sich einiges tun. Gerade im Kindergarten kann man eine Menge Müll sparen, eine Menge Dinge vermeiden, die sonst einfach anfallen würden. Und man kann vor allen Dingen die Kinder dafür sensibilisieren. Und das ist was, was bei uns im Team auch eine große Rolle spielt. Es gibt noch mehr Themen. Das Thema Diversität ist für uns ein super wichtiges. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich sogar das Wichtigere mittlerweile. Also muss ich erklären, Veganismus hat man eben ja schon gesehen, hat so ein paar Facetten. Die kann man aber alle irgendwie abarbeiten. Dieser Koch, der kocht jetzt vegan, der wird auch weiter vegan kochen, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Also das ist einfach, das funktioniert jetzt und das läuft jetzt. Worum wir uns schon noch kümmern können, ist, wie divers kann so ein Kindergarten werden? Wie hoch ist eine Hürde für eine Familie, die nicht zu Hause muttersprachlich Deutsch spricht? Offensichtlich nicht so hoch, weil sie sind bei uns gut vertreten, aber also was können wir tun, um zum Beispiel denen die Teilhabe einfacher zu machen? Mir passiert es zum Beispiel immer noch, dass ich irgendwelche Aushängen nur auf Deutsch schreibe und dann merke ich, scheiße, ich hätte ja wenigstens mal Englisch und vielleicht noch eine Sprache übersetzen können. Also das sind so Sachen, mit denen wir gerade zu tun haben. Wir wollen wirklich die Schwelle so niedrig wie möglich halten und wir wollen keine exklusive Enklave für besser verdienende Bildungsbürger sein. Das ist uns bisher sehr gut gelungen. Das hat zu tun mit Herkunft, das hat zu tun auch mit Religion. Wir sind ein wirklich gar nicht religiöser Kindergarten, aber wir schließen auch niemanden wegen Religion aus. Das führt auch dazu, dass wir zum Beispiel kein Weihnachtsfest feiern oder kein Osterfest. Wir feiern halt im Winter und wir feiern im Frühling. Nicht, weil wir sagen, das ist falsch Weihnachten zu feiern, sondern weil wir sagen, nicht alle von uns feiern das und wir sind dafür alles offen, aber von uns offiziell sozusagen gibt es keine religiös geprägten Inhalte. Aber auch was das Thema Einkommen angeht, also wir sind, in Frankfurt haben wir ja jetzt seit letztem Jahr das große Glück, dass Kindergarten nichts mehr kostet. Wir haben absichtlich darauf geachtet, dass unsere Essenspauschale im normalen Durchschnitt ist, obwohl wir wirklich fast alles Bio kaufen, fast alles irgendwie regional, fast alles von guten, vertrauenswürdigen Herstellern. Also das ist ein großer Schwerpunkt auch vom Koch. Das kriegt er irgendwie gut hin. Also anscheinend scheint es ja gut zu gehen. Und man darf auch nicht vergessen, wir machen ja all die Mahlzeiten selbst. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es günstiger geht, aber es ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand. Für uns bedeutet es aber, jemand, der wenig Geld hat, kann sein Kind bei uns kostenlos betreuen lassen. Es wird auf einem sehr hohen Niveau hochwertig ernährt. Es fallen irgendwie keine weiteren Kosten für irgendwelche Dinge an und das ist was, was glaube ich für viele Leute wahnsinnig wertvoll sein kann. Noch so ein Schwerpunktthema von meiner Familie auch insbesondere ist das Thema Geschlecht, Gender. Was sind eigentlich Transkinder? Wie gehen wir mit Rollenstereotypen um? Es gibt eine Verkleidungsecke, da sind Prinzessinnenkleidchen und sonst was. Da achten wir im Team natürlich schon drauf, dass jetzt nicht immer nur die Mädchen, die sanften, kuscheligen Betreuungsspielchen spielen und die Jungs immer nur wild rumrennen. Wir gucken schon danach, wie können wir das ein bisschen moderieren. Wie sehr geben wir auch Sachen vor und das ist auch was, wo man heute als Erwachsener glaube ich einfach immer wieder merkt, in der eigenen Sprache steckt wahnsinnig viel drin. Wir haben im Team zum Glück Leute, die das sehr gut reflektieren. Selbst der Koch reflektiert das manchmal, wenn er auf dem Gang mitbekommt, jemand hat irgendwie Blödsinn geredet, dann wird das gleich intern irgendwie ausgetauscht und sich darüber unterhalten. Das ist was, was wahnsinnig wichtig ist für uns, weil das eben was ist, kann ich aus eigener Erfahrung von meinen Kindern und meiner sozusagen Kinderbetreuungserfahrung berichten. das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht normal. Also dieses Jungs sind so, Mädchen sind so, das kriegt man aus den Köpfen nicht raus und wir versuchen es aber. Mal gucken. Und schließlich, ein Kindergarten, in dem man studiert haben muss, um den Elternbrief zu verstehen, ist irgendwie auch blöd. Da achten wir stark drauf, dass wir eben auch wirklich in der Richtung inklusiv sind und niedrigschwellig. Klasse und soziale Stellung sind wir total sensibel für, achten wir auch drauf und man merkt es, also wir hatten ja wie gesagt am Freitag unser erstes Fest und diese Feste fangen in anderen Einrichtungen immer so an, dass die Freundesklicken oder Bekanntenklicken, so die auf dem Spielplatz schon zusammenhängen, die setzen sich alle an einen Tisch und bleiben so beieinander. Das geht bei uns nicht so gut, weil viele von den Leuten sich einfach noch nicht so gut kennen. Da sind zwar so ein paar Klicken, das sind aber die, die sich relativ schnell öffnen und man merkt dann einfach, es filtern sich sehr schnell so die Leute zusammen. Also die, die offensichtlich studiert haben, sitzen irgendwie an einem Tisch. Die, die offensichtlich Migrationshintergrund haben, sitzen am nächsten Tisch und was wir gesehen haben am Freitag ist, das hat sich wunderbar aufgelöst. Also die Leute haben sich wirklich miteinander unterhalten, sind miteinander ins Gespräch gekommen und das ist glaube ich, was auch mit unserer Haltung zu tun hat und was wir wirklich aktiv versuchen voranzutreiben. Letztes Thema, Inklusion. Wir haben da lange mit gehadert. Wir sind aus diversen persönlichen und beruflichen Vorbildungen mit dem Begriff sehr gut vertraut und hatten so ein bisschen Angst davor, weil wir wussten, wir wollen natürlich so inklusiv wie möglich sein. Wir wollen eine Einrichtung sein, die das ganz oben stehen hat. Wir haben aber auch gewusst, es ist unser erster Kindergarten, wir gründen ganz neu, wir müssen alles andere erst mal vom Boden kriegen und wir haben uns dann dafür entschieden, ich finde richtigerweise, das nicht groß irgendwie draufzuschreiben, zu sagen, wir sind ein total inklusiver Kindergarten. Man kann heute keinen neuen Kindergarten mehr eröffnen im Neubau, ohne dass der barrierefrei für Rollstuhlfahrer ist zum Beispiel, das geht gar nicht mehr. Unser Kindergarten ist insofern barrierefrei, inklusiv und so weiter, wie das baulich nur geht. Es gibt so eine Sache, die mir immer wieder durch den Kopf geht dabei und zwar, wir wollen Inklusion so verstehen, dass Kinder mit und ohne Behinderung bei uns sein können. Und im Einzelfall muss man dann eben schauen, was das bedeutet. Eine Freundin von mir hat ein Buch geschrieben, wo sie beschreibt, dass sie für ihre schwerst mehrfach geistig und körperlich behinderte Tochter einen Kindergartenplatz sucht und irgendwann bei ihrem Wunschkindergarten vom Erzieher, den sie angesprochen hat, die Rückmeldung bekommen hat, du, keine Ahnung, wir haben das noch nie gemacht, aber wir wollen es unbedingt hinkriegen und wir werden dich unterstützen und wir tun alles, was wir können. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz mir wieder so vor Augen führe, denke ich mir, genauso wollen wir auch sein. Man muss nicht alles fertig haben, man muss nicht alles ausgedacht und erledigt haben, um sozusagen die richtige Geisthaltung dazu zu haben. Ein Ziel, das wir verfolgen, ist gemeinsam verschieden sein. Also wir wollen nicht so tun, als wären wir alle gleich. Wir wollen den Kindern nicht beibringen, alle sind gleich und können alle das Gleiche. Wir wollen ihnen beibringen, alle sind gleich viel wert und es ist völlig in Ordnung, gemeinsam verschieden zu sein. Und so wollen wir einen inklusiven Ort schaffen. Mein Fazit, ein veganer Kindergarten wegen den letzten Themen für alle, das war uns immer super wichtig. Was kommt als nächstes? Also klar, die Leute fragen halt, was macht ihr jetzt so Franchise draus? Macht ihr jetzt noch weitere Kindergärten auf? Jetzt habt ihr den ganzen Stress gehabt, jetzt habt ihr das gelernt, wie geht es jetzt weiter? Macht doch noch eine Schule. Hier, die Kinder sind noch so alt, macht doch einen Hort. Wir sagen unter uns eigentlich immer nur, wir machen ein Altersheim, ein veganes. Also meldet euch gerne, wenn ihr noch einen veganen Altersheimplatz sucht. Nee, tatsächlich, wir haben mit dem Kindergarten genug zu tun. Wir werden nichts weiteres machen erstmal in der Richtung, wir werden den weiter ausbauen. Das heißt, die Richtung ist eher Entwicklung. Wir können bei der Pädagogik wahnsinnig viel noch machen, wir können zum Thema Inklusion wahnsinnig viel machen und wir können im Alltag die ganzen Prozesse optimieren, wir können schauen, welche Abläufe laufen schon gut, welche noch nicht so richtig. Also da ist noch wahnsinnig viel zu tun und genug Potenzial drin. Naja, und schließlich, warum stehe ich hier? Weil wir natürlich den Austausch wichtig finden. Also Vernetzung finden wir toll, wir finden es gut, Öffentlichkeit, sozusagen die richtige Art von Öffentlichkeit zu schaffen für das Thema und wir wollen auch gerne Anlaufstelle sein. Das ist jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal passiert. Diverse Gründerinnen und Gründer haben sich mit uns in Verbindung gesetzt und haben gesagt, wir würden auch gern so was machen. Geklappt hat es bisher bei den Kolleginnen in München. Das finden wir ganz toll, da ist auch schon mal ein Betriebsausflug geplant. Also wir wollen uns auf jeden Fall mal miteinander vernetzen. Aber wir sind immer wieder gerne sozusagen Ansprechpartner, wenn es Fragen gibt zu dem Thema, wie macht man das eigentlich? Oft merkt man schon, in Frankfurt gibt es bestimmte Regeln, die es woanders nicht gibt. Also wenn es so allgemein ist, können wir nicht so viel helfen, aber wir können, glaube ich, eine Menge Erfahrungen weitergeben. Also falls ihr euch mit dem Gedanken tragt, einen Kindergarten zu eröffnen, schreibt uns gerne eine Mail, wir schreiben irgendwann zurück. Vielen Dank. Das habe ich ganz vergessen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nun ist es ja so, macht ihr das denn mit dem B12 oder überlasst ihr das den Eltern? Gute Frage. Also wir dürfen nichts verabreichen, wir dürfen keine Nahrungsergänzungsmittel geben. Also bei B12 kannst du ja nicht überdosieren in dem Sinne. Es ist halt schade drum, aber also Vitamin D zum Beispiel kann man überdosieren, es gibt eine Menge andere Dinge, da kann man was falsch machen. Und wir können ja nicht all die Wechselwirkungen kennen bei all den Kindern und immer wieder neu. Das heißt wir, sehr gute Frage, könnte ich auch mal einbauen in das ganze Thema, weil es natürlich auch eine Frage, die ganz viele Leute, die sich nicht so auskennen mit der veganen Ernährung interessiert. Das ist ein wichtiger Bestandteil vom Elterninformationsgespräch. Also es gibt quasi, bevor Kinder aufgenommen werden, trifft man sich mit der Familie, lernt das Kind kennen, lernt die Eltern kennen. Unsere pädagogische Leitung führt diese Gespräche normalerweise und die weist dann eben auch drauf hin, so und so ist es bei uns, wir ernähren die Kinder hier vegan. Wenn ihr das zu Hause auch macht, achtet bitte drauf, dass ihr die richtigen Nahrungsergänzungsmittel verabreicht, wenn ihr in der Abstimmung mit eurem Kinderarzt oder so. Weil es sind ja, die meisten Familien essen ja nicht vegan. Manche vegetarisch, für die gäbe es auch noch was. Manche omnivor, da weiß man es nicht, keine Ahnung, ob die noch was geben müssten oder nicht. Deswegen können wir das sozusagen nicht als Einrichtung machen. Bin ich auch ganz froh drum, ehrlich gesagt, dass wir das nicht noch machen müssen. Hallo. Wie kommt denn die Ernährung? Also ich mache gerade die Ausbildung zum Erzieher und ich bin dann die vegane Erzieherin in der Gruppe und die Kinder verstehen auch, dass ich mich so ernähre. Und es ist aber oft so, dass sie, also kein Kind ernährt sich bei uns vegetarisch oder vegan, sondern die essen alle Fleisch, aber im Kindergarten gibt es nur vegetarisch. Und sie vermissen dann immer ganz stark das Fleisch. Und dann heißt es halt immer so, jetzt hätten sie gerne ein Steak oder ein Würstchen oder schon wieder gibt es Haferbrei. Und ist das auch ein Thema bei euch, wenn es nur ein Viertel der Kinder maximal sind, die auch wirklich vegan zu Hause leben? Naja, also der Unterschied zu zu Hause ist ein Thema, würde ich sagen. Es ist dadurch, dass der Koch halt nicht einfach nur Fleisch weglässt, sondern ganz andere Sachen macht, ist sozusagen die Schwelle, wenn das Kind ganz neu ist, ist die Schwelle erstmal relativ hoch. Also weil es gibt zum Beispiel immer einen Smoothie und so ein Kram. Also ganz viele Sachen, die die noch nie gesehen haben. So rostbraune Pampe, die kommt aber weg. Also ich finde das selber total faszinierend. Also es ist eher wenig, ich würde sagen, es ist weniger so, dass sie konkrete Dinge fordern. Du merkst halt, sehr populär sind Gerichte, die nah an Bekanntem sind. Also wenn es mal Pizza gibt zum Beispiel, ist die super schnell weg. Jetzt schneller als ein Quinoa-Sonstwas-Gericht. Aber auch das wird gegessen. Also es ist nicht so, dass die total schnäubisch werden. Mich würde mal noch interessieren, wisst ihr, wie viele vegane Kindergärten es überhaupt schon gibt in Deutschland und habt ihr mit denen auch Kontakt? Also das ist eine Definitionsfrage. Ist ein veganer Kindergarten einer, in dem es veganes Essen gibt oder in dem es nur veganes Essen gibt? Weil ich weiß, in Berlin gab es bis vor kurzem zwei, in denen nur vegan gekocht wurde. Die mussten aber beide auch damit aufhören, weil der Senat in Berlin das ja anders als in Frankfurt zum Beispiel komplett abgelehnt hat. Und sobald die ersten Eltern, was da passiert ist, vegetarisches Essen gefordert haben, mussten die das mit anbieten und dann war es sozusagen vorbei mit der veganen Ernährung. Also so mit einem veganen Konzept wie unser Kindergarten gibt es noch die Erdlinge in München. Und das war es, soweit ich weiß. Danke. Ich bin jetzt erst zum Schluss dazu gekommen, um zu sehen und habe jetzt gehört, worum es geht, was ich interessant finde. Ihr habt gesagt, und es kam immer wieder die Frage auf, wenn Eltern das daheim nicht so mittragen, wenn die anders leben, warum bitte tun Sie das Kindern in den Kindergarten bei euch? Es gibt doch sicher auch in Frankfurt, habe ich recht, genug Alternativen. Nein, es gibt überall in Deutschland nicht genug Alternativen, das ist ja das Problem. Ja, es gibt nicht genug Kindergartenplätze. Aber es gibt städtische und kirchliche und so. Ich meine, warum muss man dann ausgerechnet das Kind in einen veganen Kindergarten tun? Also wir nehmen die gerne, wir wollen die Kinder sehr gerne haben, weil natürlich, also jetzt stehe ich hier und rede mit Veganern, also ich hoffe, ich habe euch alle überzeugt, jetzt vegan zu leben. Also diese Kinder, die nicht zu Hause vegan essen und diese Themen gar nicht kennen, die erreichen wir ja viel mehr mit unseren Themen, unseren Angeboten als Familien, in denen es eh schon ein Thema ist. Natürlich bevorzugen wir die bei der Aufnahme. Also wenn Eltern zu uns kommen und sagen, wir leben vegan und wir würden unser Kind gern vegan betreuen lassen, dann kriegen die, wenn wir irgendwie können, einen Platz bei uns. Aber um den Kinderladen voll zu kriegen, nehmen wir auch andere mit rein und finden das aber auch sehr positiv und sehr wertvoll, weil wir damit natürlich, das, was wir richtig finden an der Idee, eben auch dahin bringen, wo es nicht schon gelebt wird. Und für die Eltern sind die Gründe vielfältig. Vielleicht liegt es einfach gut zum Beispiel. Oder es gibt ganz viele, die sagen, wir wollen nicht in eine kirchliche Einrichtung. Oder welche, die sagen, in städtischen Einrichtungen wird vom Caterer Essen in Alufolie geliefert und warm gemacht. Jetzt mal vegan oder nicht. Das ist einfach schlechtes Essen. Richtig schlechtes Essen. Meine Kinder haben es ja gegessen. Also es ist wirklich, es stinkt, es ist ekelhaft, es ist ganz schlimmes, schlechtes Essen. Dann lieber das von den verrückten Veganern, was frisch gekocht wird. Ich glaube, so denken viele. Aber die stehen schon irgendwo dahinter, die Eltern müssen. Es gibt so ein Gespräch bei der Aufnahme, wo auch ganz klar erklärt wird, was machen wir hier eigentlich. Und auch so Sachen wie, wenn ihr dann euer Kind abholt, dann gebt ihm bitte den Kinderriegel nicht gleich noch in der Eingangstür, was durchaus ein Thema war. Das muss man erst mal so ein bisschen den Leuten beibringen. Das klappt dann aber auch. Ja, aber irgendwo müssen sie ja schon, weil ich denke, wenn so eine Diskrepanz ist zwischen Kindergarten und zu Hause, wäre ja schon schlecht. Also das wäre für die Kinder schlecht. Okay, danke. Habt ihr schon tatsächlich dann Rückmeldungen von Eltern gekriegt, dass sich bei denen in der Familie lebe oder in der Familie Ernährung dann durch eure Ernährung was geändert hat? Ja, da haben wir tatsächlich relativ viel Rückmeldungen bekommen. Die eine ist, die Kinder essen viel mehr, probieren viel mehr, was sie vorher nicht gemacht haben. Die essen viel mehr Gemüse, aber weil die natürlich daran gewöhnt sind, dass es andauernd Gemüse gibt. Also sie sind viel weniger wählerisch und viel experimentierfreudiger. Und hat klar auch so Sachen wie im Kindergarten schmeckt, aber das Schnitzel viel besser als bei dir zu Hause, Mama. Also es gibt es schon auch ein, zwei, drei Mal. Ja, jetzt nicht andauernd, aber es kommt vor. Der Koch hört ja immer sehr genau hin, also der wird gern gelobt und das ist natürlich super. Also das kommt super an. Cool, danke. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall noch mit eurem Projekt. Das klingt total toll.